Thorsten sitzt gedankenverloren auf der Bank neben Horsts Kiosk und wartet auf seine Freunde, die wie immer zu spät sind. Aus Langeweile kritzelt er mit einem Stift kleine Bildchen an die Mauer. Das ist das Haus vom Nikolaus. Plötzlich steht eine Frau vom Ordnungsamt neben ihm. Was Sie hier betreiben ist Vandalismus, junger Herr. Das fällt unter den Tatbestand der Sachbeschädigung. Siehe § 303 des Strafgesetzbuches. Unter Sachbeschädigung versteht man die rechtswidrige Beschädigung, Zerstörung oder eine erhebliche bleibende Veränderung an einem Objekt. Eine Beschädigung kann das Zerkratzen des Autolacks sein, da hierbei der Lack, also die Substanz, verletzt wird. Wird aus einem Autoreifen unerlaubterweise die Luft herausgelassen, ist der Reifen zwar nicht kaputt, aber auch nicht mehr brauchbar. Auch dies zählt schon als Beschädigung. Wird ein Mülleimer durch einen Tritt so verbogen, dass er nicht mehr gebraucht werden kann, gilt er als zerstört. Übrigens, da Tiere im Strafrecht als Dinge beschrieben werden, zählt auch Tierquälerei als Sachbeschädigung und somit als Vandalismus. Als Grund für verkratzte Scheiben, beschmierte Wände, Aufkleber an Schildern oder eingeschlagene Scheiben wird oft Langeweile, Wut, Frustration oder Fanatismus genannt. Ein häufig diskutiertes Thema sind Graffiti. Während sich manche, wie unser Ladenbesitzer Horst, immer wieder über die Graffiti an ihren Wänden beklagen und sie mit großem Zeit- und Geldaufwand beseitigen müssen, gelten sie für viele Streetart-Künstler als künstlerische oder politische Ausdrucksform im öffentlichen Raum und nicht als Sachbeschädigung. Die Ordnungshüterin hat jedoch wenig Sinn für Torstens Kunst und verpasst ihm einen Bußgeldbescheid. Als Horst am nächsten Morgen rausgeht, um seinen Kiosk zu öffnen, prangen an der Seitenwand die Worte Kunst ist kein Verbrechen und daneben ein kleines Haus vom Nikolaus.